Ihr könnt mir ja gerne schreiben, was ihr so macht, um euch zu motivieren. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal Sportsachen anziehen und dann geht es bestimmt ganz, ganz schnell. Oh mein Gott, es gibt einfach Tage, da geht es besser und schlechter. Und heute ist ein Tag, wo ich eigentlich auch ein bisschen...